Hallo, mein Name ist Sven Lübgen. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Firma IT-Fabrik. Uns gibt es seit circa zehn Jahren. Wir sind aktuell 25 Mitarbeiter. 2019 haben wir uns intensiv mit der Thematik beschäftigt, ein neues Bürogebäude zu bauen, sind dann relativ schnell an unsere Banken herangetreten, haben uns dann sehr, sehr zeitnah für die Volksbank Eifel entschieden, sind gemeinsam in die Planung, in die Finanzierungsrunde gegangen und haben 2020 dann das Gebäude fertiggestellt. Gleich nach dem Einzug in unser neues Bürogebäude ging es darum, den Personalstamm ein Stück weit aufzubauen. Wir sind auf Wachstum ausgerichtet. Damit wir den Mitarbeitern wirklich Mehrwerte bieten können, haben wir uns mit der Volksbank Eifel zusammengetan und haben mit der R&V gemeinsam ein Vorsorgewerk entwickelt, was bei den Mitarbeitern sehr, sehr gut ankommt. Also wir bieten tatsächlich wirklich Mehrwerte wie private Krankenzusatzversicherung, private Zahnzusatzversicherung, private Altersvorsorge. Das kommt bei den Mitarbeitern sehr unwahrscheinlich gut an. Die Betreuung seitens der Volksbank war, besser hätte sie nicht sein können, das muss man so dazu sagen. Wir versuchen sehr, sehr viel für die Leute zu tun und ich denke, da ist die Zusammenarbeit mit der Volksbank für uns ein wichtiges Glied. Die Betreuung seitens der Volksbank. Die Betreuung seitens der Volksbank ist ein wichtiges Glied. Die Betreuung seitens der Volksankt